willkommen zu einem neuen video heute mit ganz vielen neuerungen zum einen eine neue sache die wir besser machen wollen nämlich wir haben gedacht wir machen mal ein bisschen was schickeres für euch und ja und wir machen die günstiger und wahrscheinlich viel geiler und das ist auch gleichzeitig noch ein vier zutaten video denn alles was ihr braucht ist 200 gramm am besten die ohne stücke ihr könnt natürlich auch die mit stücke nehmen aber im original sind da ja auch keine stücke drin ihr braucht 70 gramm 30 gramm und 150 gramm 200 gramm so das war's mit dem ganzen vorgeplänkel jetzt geht's ans eingemachte hier sind jetzt 350 drin also ungefähr die hälfte von diesem glas das hier was ich jetzt habe immer für 50 also hiervon bisschen mehr als die hälfte schneid das mal ein bisschen klein damit sich das jetzt gleich besser mit 1 2 1 2 1 2 2 3 4 und das ganze wird jetzt gut vermischt das lege ich mal zur seite und 5 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt probieren wir das mal. Schmeckt ziemlich geil. Schmeckt einfach salzig, süß, nussig, schokoladig. Sehr lecker. Schmeckt einfach salzig, süß, nussig, schokoladig. Schmeckt einfach salzig, süß, nussig, schokoladig. Vielen Dank.